in die fernsturm holt man sich an die rote aber hier oben gibt es doch bestimmt noch was meistens ist das ja bei solchen spiel auch nicht oh lesen 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 hallo ich hab doch lesen gedrückt gott dieses spiel schrecklich ok mit an lauf jetzt aber schnell ok da oben also ich babbel jetzt mal nicht so viel währenddessen weil ich weiß nicht ob nachher die leiter noch abbricht oder sowas und dann haben wir ein riesen problem weil dann sind wir nämlich tot ok 100 dollar note mit einer karikatur von benjamin franklin geld hat in dieser zeit keinen wert aber die zeichnung auf dem gesicht ist witzig ok lass mich raten ich muss damit schönen anlauf rüber springen und ja nein ok versuch number two ja nein nein shit oh shit there's too many of them ja dann lauf doch doch echt das spiel erinnert mich derbe an die limbo gerade damn stupid shadows hat der gerade verdammte scheiß schatten gesagt ich kann etwas hören ok laufen wir weiter obwohl jetzt gibts kurzer schatten ich verstehe man wenn er schon tot ist woher müssen wir ihn hängen die kreise müssen sehen sie müssen wissen dass wir ihn auf dem wer diese Dinge nein ich meine die survivor was du weißt was du weißt ordnern oder ordnern komm du steb sonst du Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bestimmt nicht alles vorlesen Das ist mir einfach Ach, das sind die rausgerissenen Seiten, die wir hier suchen müssen Oder wie, oder was so stand Der Fass keine Ausdaube, ey, dann warten wir The new law They marken their kills That's some kind of message Als ob dieser Welt nicht genug ist. Seattle ist ein sicherer Ort. Jeder, der mich überlebt, ist gefährlich. Hier! Komm schon! Kann ich mich auch ducken? Ah! Auf L2! Ich wollte gerade sagen, das war ziemlich laut. Na komm! Komm schon! Komm schon! Und wir sind in. Na, 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 da riecht gerade da runterladen. Ja, ich freue mich jetzt halt mal darüber. Ja, wenn die Städte untergehen. Ach, stimmt, ich kann ja. Okay, irgendwie funktionierte das nicht. Oh, ich habe ein blödes Gefühl. Oh! Oh, ich bin tot! Was? Was? Was ist passiert gerade? Wie bin ich gestorben vor allem Ding? Ding! Oops! Nein, du sollst... Genau, braver Junge. Ja, komm, mach auf. Ja, die sind mir witzig. Na, zumindest bin ich die Zombies hier so ein bisschen los geworden. So ein bisschen. Geht die Leiter auch nach unten? Ne, nur nach oben, aber jetzt ist die Frage, wo muss ich denn jetzt hin? Da ist definitiv kein Ausweg. Vielleicht hier oben irgendwo? Okay. Auf jeden Fall nicht. Ich meine, ich habe doch draußen jetzt Strom. Also müsste da doch rein. Theoretisch. Nee, das geht auch nicht. Vielleicht können wir... Auch nicht. Jetzt bin ich ernsthaft... Ernsthaft, Leute, ich bin jetzt echt gerade mal... Ja, super, jetzt kann ich mich da ranhängen. Aber das bringt mir nichts. Wieso steht denn der da wie so eine Ölgötze? Okay, ich muss jetzt irgendwas... Ich habe absolut keine Ahnung, was ich gerade hier machen soll. Ich komme nicht weiter. Wo, vielleicht muss ich das Ding ja jetzt hier oben kaputt schlagen. Oder muss ich das Ding vielleicht draußen fällen? Diesen Strom... Ich glaube aber nicht, aber was soll ich denn jetzt hier machen, Herrgott? Ich bin gerade ganzhaft voll... ...überfragt. Hallo, Spiel! Nein, nicht da. Anscheinend sind wir ein einzigen Überlebenden in Seattle. Jedenfalls einzigen normalen Überlebenden, die Gruppe den Neugesetz nennt. Und die Kontrolle über die Stadt übernehmen. Scheint ja auch gefährlich zu sein, dass sie tot sind. Ich muss nicht bei allen meiner Freundin und meiner Familie finden. Ja. Ja. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wohin. Ich habe doch jetzt alles entledigt und Backtracking ist ja für gewöhnlich. Und ich muss wahrscheinlich backtracken. Aber ich weiß nicht, wohin. Also ehrlich, ich habe gerade keinerlei Peilung, was ich machen soll. Weil hier hoch komme ich nicht. Und ich weiß nicht, wohin. Oh, gut. 재hann